Nach dem Nachtrennen von Singapur geht es zum Startrennen nach Sochi und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Folge der F1 Grand Prix Vorschau. Heute mit der Vorschau für den anstehenden Russland Grand Prix. Die Streckendetails. Am 29. September beginnt die sechste Ausgabe des Russland Grand Prix. Die Rennstrecke verfügt insgesamt über 18 Kurven, sechs Linkskurven und zwölf Rechtskurven. Vom Start bis zur Kurve 1 sind es 844 Meter. Auf der gesamten Rennstrecke fährt man dreimal im achten Gang. Insgesamt 66 Gangwechsel gibt es pro Runde, zusammengerechnet 3498 im Rennen. Die Boxengasse hat eine Länge von 419 Meter und dort wird höchstens 60 kmh gefahren. Die Wahrscheinlichkeit auf einer Safety Car Phase liegt bei 67 Prozent, der Vollgasanteil liegt bei 61 Prozent. In den bisher fünf Ausgaben des Russland Grand Prix in Sochi gewann zweimal der Pole Setter, was einer Quote von 40 Prozent entspricht. Der Bremsenverschleiß wird als hoch angegeben und der Reifenverschleiß als niedrig. Gefahren wird 53 Runden lang im Uhrzeigersinn bei einer Gesamtreinndistanz von 309,745 Kilometer. Die Rennstrecke beträgt 5848 Meter. Die DRS-Zonen sind zwischen Kurve 1 und 2 und zwischen den Kurven 10 und 13. Die Siegerstrategie von 2018 war eine Ultrasoft-Soft-Strategie von Lewis Hamilton. Schnellster Pilot im Feld war Lewis Hamilton mit 339,3 kmh. Die schnellste Rennrunde ging an Valtteri Bottas mit einer 1,35,861 gefahrenen Runde 50. Die Führungsrunden könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. Schnellster Boxenstopp war der von Lance Stroll. Seine Zeit war eine 29,266 in Runde 7. Seine Standzeit war eine 2,36, was auch gleichzeitig die schnellste Standzeit war. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des Siegers lag bei 212,592 kmh. Der Rundenrekord im Rennen ist eine 1,35,861 gefahren von Valtteri Bottas aus dem Jahre 2018 mit seinem Mercedes W09. Der Rundenrekord in der Qualifikation fuhr ebenfalls der Finne im gleichen Jahr mit einer 1,31,387. In Russland werden die Mischungen C2 der Harte Reifen, C3 der Medium und C4 der Software Reifen gefahren. Wer welche Reifen für das Wochenende gewählt hat, könnte ihr hier in dieser Grafik sehen. 2018 wurden die Mischungen Hypersoft, Ultrasoft und Soft gefahren. Wichtiges zum Setup. Einerseits bieten sich aufgrund der zwei sehr lang geraden ideale Überholmöglichkeiten an, wo die Power des Motors zählt. Andererseits sollten die Teams wegen vieler 90-Grad-Kurven nicht auf Abtrieb verzichten. Eine ausgewogene Mischung aus beiden Faktoren wäre angemessen. Schwierige Kurven. Kurve 2. Der Fahrer kommt mit über 300 kmh angeschossen, muss hart bremsen und auf die Track Limits in Kurve 3 aufpassen. Bei Überschreiten gibt es eine Zeitaberkennung oder eine Verwarnung. Kurven 3 bis 5. Hier wird das kurvenäußere Rad wegen starker Fliehkräfte extremst belastet. Kurve 13. Identisches Bild wie vorhin bei Kurve 2 erwähnt. Hartes Anbremsen und präzises Einlenken ist Pflicht. Kurven 15 und 16. Leichter Bergauf-Links-Kurve, auf Track Limits achten, genauso wie bei der darauf folgenden Kurve. Der Zeitplan. Hier sind die offiziellen Trainings-, Qualifikations- und Rennzeiten. Besondere Vorkommnisse. 2015. Carlos Sainz verlor beim Anbremsen von Kurve 13 die Kontrolle über seinen Boliden und berührte die Streckenbegrenzung. Dabei brach die vordere linke Vorderradaufhängung und der Spanier schlug mit hohem Tempo frontal in die Tegpro-Barriere in Kurve 14 ein. 20 Minuten dauerte es, bis Sainz, der nur leicht verletzt war, wieder aus seinen Boliden war. Ebenfalls 2015. Vor Kurve 5 kam es in der letzten Runde zu einer Kollision zwischen Kimi Reykönnen im Ferrari und Valtteri Bottas im Williams. Aufgrund einer Divebomb des Weltmeisters von 2007 krachte er an das rechte, hintere Rad von Bottas und der flog in die Tempo-Barriere. Reykönnen bekam nachträglich eine 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe, die in eine 30-Sekunden-Zeitstrafe umgewandelt wurde, was bedeutet, dass er P5 verlor und auf P8 gewertet wurde. 2016. Homehero Daniel Kwiat fuhr nicht nur in Kurve 2 in Sebastian Vettel Ferrari rein, sondern wiederholte das Ganze nochmal in Kurve 3. Das war für Red Bull zu viel des Gurten und anschließend wurde er zu Toro Rosso degradiert. 2018. Valtteri Bottas wurde in Runde 25 per Team-Order aufgefordert, Teamkollege Lewis Hamilton passieren zu lassen, weil Mercedes Hamiltons zweiten Platz von Sebastian Vettel als gefährdet ansah. Die bisherigen Sieger des Russland Grand Prix. Hier ist eine Auflösung der jeweiligen Sieger in Russland seit dem Jahr 2014. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video und wenn noch kein Abonnent dieses Kanals ist, abonniert diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!